Na komm Na guck hoch So, dann lade ich einmal nach Höh Alter Er ist der Lebt denn Alter, das geht doch nicht Das reicht mir aber langsam Ja, werf noch Ich hasse Granaten Hab ich das schon mal erwähnt? Ich glaube schon Da oben Scheiße, ich werde hier sterben Natürlich So, den hat es jetzt auch endlich auch mal zerlegt Und da kommt Big Daddy Ach, da will ich einmal auf die Flasche schießen Nein Alter, wieso braucht denn die Flasche drei Schüsse, bis sie hoch geht? Zwei Okay, Entschuldigung, sie braucht zwei Schüsse, bis sie hoch geht Kann ich nicht gucken, wie der Typ explodiert Weil diese Bastarde Ah, Mann Na komm, du kommst eh nicht an Oder er kommt doch an, ist ja super Aber er hat es mich wenigstens diesmal nicht geschafft, mich zu schlagen Der da hinten lebt noch Ist ja super Von wo schießt der denn jetzt schon wieder einer? Ach, da sitzt ja auch noch einer So Wie viele kommen da jetzt noch? Tausende? Da brauche ich mindestens 2000 Schuss für mein Sportgewerter, damit ich die töten kann Aber bei meinem Ziel Verständnis Alter, das gibt's ja nicht So, der ist erledigt Wo sind denn die anderen zwei? Da hinten haben sie sich versteckt Voll in die Eier geschossen Was macht der denn? Ist das so blöd? So Jetzt reicht's mir aber hier War's das jetzt? Wahrscheinlich war's das immer noch nicht Es geht hier noch eine Treppe nach oben Wer ist das denn? Boah, alter Na, das wird ja super werden Ich schieße mir einfach mal ein bisschen die Eier Leckt mich am Arsch Der braucht nur noch ein paar Schuss, dann ist er tot Nein, verdammt, verdammt, verdammt Lad, lad, los Nein Alter, mein Steuerk... Der Steuerknüppler Grad nicht richtig funktioniert Wo ist denn der hin? Hallo? Gut, er ist tot Mit städtigen Betätigen den Schalter, um den Strom nach Subwaytown zu leiten 12 Schrottmutationen, 87 Dollar, kleiner Akku Boah, der Typ war jetzt schon heftig Okay, den Schalter soll ich betätigen, dann mach ich das mal Strom Fließe Und jetzt Kehre zu Redstone zurück Ich hoffe, das wird jetzt Natürlich Ach komm, was doch Eh, keine Chance Das wird jetzt bestimmt nochmal so ein harter Kampf, um hier rauszukommen Das bin ich mir schon ziemlich sicher Oder? Natürlich Irgendeiner hat dann noch geschossen Hey du, der Strom wird umgeleitet und das muss auch so bleiben Reparier die Steuerkabel und hilf unseren Leuten Schlag diese Mistkerle mit ihren eigenen Waffen Was? Alter, was? Ähm, ich speichere da lieber nochmal vorher ab Okay Und dann Schauen wir mal, was da jetzt bei rauskommt Wo soll ich denn hin? Alter, passiert ja gar nichts Alter Ich kann doch die gar nicht schießen Ich betätige hier einfach mal Oh, dann brennen die einfach mal ab da unten Ich weiß gar nicht, wie oft ich das machen muss Ähm, ja, ist ja schön So, einmal Kopf abgeschnitten Ah, ha, 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 ha Na, endlich Oh, Gott sei Dank habe ich das geschafft, ey Ich habe schon gedacht, ich komme mir gar nicht mehr lebend raus Da nehme ich doch gleich noch den Farbtopf mit vor lauter Freude So, wo geht es denn jetzt hier Hallo? Hallo? Wo geht es hier raus? Alter Was? Wo soll ich denn Wo soll ich hin? Ne Du sagst mir jetzt nicht noch, dass ich durchs Ödland fahren soll Oh mein Gott Da muss ich erstmal kurz was trinken von der ganzen Aufregung Ich bin gerade sowas von aufgebracht Dass ich jetzt auch einfach mal ganz laut getrunken habe Ich bin einfach so geschafft von diesen harten Kämpfen gerade Dass ich es nicht geschafft habe, das Mikrofon stumm zu stellen So Eastern Wasteland Fahrzeug fahren Ich weiß gar nicht mehr, wie das Ding hieß Für mich ist es einfach nur ein rollender Panzer Schwermetall sammle ich jetzt bestimmt nicht ein Aber die hier könnten wir ja mal Fertig machen Hallo? Hallo? Alter! 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 Das Ding will sich nicht bewegen Boah, Alter! Ja, jetzt schieß! Bam! So, jetzt muss ich erstmal diesen komischen Turm hier kaputt machen, weil der nervt Dann wird endlich mal Venture Dann werden wir trotzdemuhan vedet Dann wird auch die Und den Beispiel Und den Eindruck ... Der согласie Nachdem Wir �ens Erwerbe Ach, die mit ihren verkackten Schutzschildern So, einer ist da noch Den krieg ich auch noch kaputt Hoffentlich Hallo Na komm Yeah Alter, mein Auto ist ja sowas von im Arsch gerade Alter Wo muss ich lang gehen? Wo muss ich lang gehen? Hier muss ich lang Ich fahre jetzt am besten schnell wie möglich nach Hause Boah Schnell, 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 schnell Boah, leckt mich fett, ey, das gibt's doch nicht So, sind wir wieder in Subway Town, Gott sei Dank Mit einem voll funktionsfähigen Auto Äh, ja Ich glaube, das Auto muss ich jetzt erstmal so Na gut, das kann ich dann reparieren, wenn wir das nächste Mal hier aus der Stadt raus müssen Was wir wahrscheinlich müssen, da bin ich mir ziemlich sicher Und Reparieren 74% Schaden, super Aber es kostet nur 92 Dollar Das ist ja Sport billig Hör zu Regierungspatrouillen sind in der Stadt Sie wissen noch nicht, wie du aussiehst Gib ihnen also keinen Grund, dich verhören zu wollen Melde dich so bald wie möglich bei Captain Marshall Alter, ich Erst heißt es, ich soll zu Redstone gehen Jetzt soll ich wieder zu Marshall Dann, wo geht's denn zu Mar... Wo geht's denn hier lang? Hallo? Ach, hier ging's Irgendwo ging's doch hier runter Ach, da, hier war das Da kommt der Fahrstuhl Und dann gehen wir halt mal zu Marshall Ich glaub, das Spiel neigt sich langsam dem Ende Na, 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 sprinten wir mal ein bisschen Wo ist er denn? Ach, da Na ja Du bist auch so ein Gratwanderer zwischen getötet werden und neue Freunde machen Kommen wir zu wichtigeren Dingen In der Stadt sind Patrouillen der Regierung Du bist zwar sicher, weil sie nicht wissen, wie du aussiehst Aber wir müssen schnell handeln Geh zu Lossard Er hat deinen ID-Drive entschlüsselt Okay Der Käpt'n hat's dir bereits gesagt Es ist immens wichtig für uns, die Daten deines ID-Drives auszulesen Aber auf ein paar Sektoren kann ich mit meinem Decoder nicht zugreifen Dazu muss ich zwei Decoder parallel laufen lassen Und da kommst du ins Spiel Der Käpt'n hat einen Kontakt im Norden Er hat gehört, dass im Jackal Canyon eine Arche aufgetaucht sein soll Wenn die Überlebenden der Arche auf die Jackals gestoßen sind Waren sie schnell tot Aber die Jackals haben die Arche bestimmt nicht zerstört Das heißt, dass du den Decoder suchen und herbringen kannst Also Du musst zum Jackal Canyon fahren Die Arche finden, falls sie dort ist Und den Decoder holen Okay Archenausrüstung Der Käpt'n hat gehört, dass eine Arche im Jackal Canyon Im Jackal-Tal aufgetaucht sein soll Wenn die Überlebenden der Arche auf die Jackals gestoßen sind Waren sie schnell tot Doch der Decoder der Arche müsste noch intakt sein Es ist gefährlich Aber du musst in den Norden zum Jackal Canyon fahren Die Arche finden und den Decoder holen Bring mir den Decoder Dann kann ich die verlorenen Sektoren auf deinem ID-Drive lesen Die Jackals sind ein gefährlicher Haufen Banditen Pass auf dich auf Ich brauche den Decoder, um die verlorenen Sektoren Auf deinem ID-Drive auszulesen Alles klar Du hast dir einen guten Namen gemacht Haha, du hast den Banditen schön in den Arsch getreten Bist echt ein harter Kerl Ja, das ist schön Ich dachte, der verkauft mir Muni Boah, das gibt's ja nicht So, wie geht's denn unserer lieben Elisabeth hier? Ich habe mich nach der Zusammenarbeit mit General Cross in der alten Stadt dem Widerstand angeschlossen Das musste ich, als ich erkannte, dass wir mithilfe der Nanotriten die Mutanten schützen könnten Meinen Forschungsergebnissen zufolge können die Nanotriten neu programmiert werden Und subneurologische Grundfunktionen übernehmen Auf diese Weise könnten wir den Mutationsprozess umkehren Captain Marshall hat mir erlaubt, hier ein Labor einzurichten, um meine Tests durchzuführen Ah, ja Und mehr hast du dazu nicht zu sagen Ist ja super Ähm, ja Dann gehen wir mal zu mit dem komischen Jackal-Tal oder Jackal-Tal Aber vorher muss ich Muni kaufen, weil sonst kommen wir wahrscheinlich nicht weit Wir werden wahrscheinlich schon ein bisschen weit kommen, aber wir werden wahrscheinlich sterben Dazu gehen wir mal kurz hier in die Stadt Ja, 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 ich passe schon auf Ja, das habe ich mir schon gedacht, das sieht zwar groß und toll Die Bastarde von der Regierung schnüffeln hier wieder rum Marshall muss handeln, und zwar schnell Ich hoffe, er hat einen Plan Glaub diesem General Cross kein Wort Naja, komm Ist gut Ich wette, diese Banditen hast du kalt erwischt Sehr gut, Kumpel Und jetzt mach dich vom Acker und erledige noch ein paar 13 Rennscheine Ich glaube, das probieren wir dann gleich mal aus, nachdem ich mir Muni geholt habe Da muss ich aber, glaube ich, hoch in den ersten Stock Oder erste Etage Je nachdem Wo war das denn? Wo war das denn? Giannis Supplies Schau dich ruhig um Vielleicht findest du was, das dir gefällt Objekte verkaufen Was brauchen wir denn nicht? Konserven Dann brauchen wir die Fässer nicht Das brauchen wir nicht Das auch nicht Das auch nicht Okay Objekte kaufen Und zwar Munition Ganz viel Munition Da brauchen wir einmal Scharfschutzmunition Keine Ahnung wie viel Ich kaufe einfach mal ein bisschen So, 500 sollten reichen Schrot Munition Lalalala Da noch ein bisschen Dann nehm ich mir nochmal noch Was haben wir denn hier noch? Alles Feines Mini-Raketen brauche ich nicht Pulsschuss Brauche ich mal eins Und dann haben wir hier noch Puls Munition Fürs Auto Da haben wir sechs Gibt's ja auch irgendwie Stahl Munition zu kaufen Pistolen Munition Scharfschützen Schrot Zielsuchraketen Mini-Kanonen Elektrobolzen Stahlbolzen Nägel Achso Hab ich voll Das ist super Railgun Geschoss 96 Nicht vergessen Frag mich zuerst Wenn du was brauchst Bis bald Ja ja ich frag dich schon zuerst Und jetzt gehen wir runter in die Bar Und werden mal ein bisschen zocken So Dann gehen wir mal hier rein Hey Teak Hallo Fremder Ich hab die besten Spielkarten des Ödlands Wie wär's mit einer Partie? Na aber gerne doch Das Spiel hier ist schnell erklärt Aber es braucht ne Ewigkeit bis du richtig gut bist Okay Ich werd's dir erklären Du bekommst nen eigenen Satz Karten Genau Deinen eigenen Und daraus kannst du dir die Karten aussuchen Die du für die Besten hältst Etwas Glück Etwas Strategie Und auf jeden Fall ne Menge Spaß Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.